Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Beim Poco F4 wollen wir uns heute mal zusammen anschauen, wie wir die automatische Displaybeleuchtung etwas verlängern können, beziehungsweise den Zustand, dass es ins Dunkle übergeht, etwas hinauszögern können. Das Ganze nennt man bei Poco Schlafen und ja, wir schauen uns an, wie wir das mal verändern können. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video kümmern wir uns um die Schlafenszeit, wie es beim Poco F4 heißt. Das ist nämlich die Zeit, die verstreicht bei Inaktivität, also bei Nichtberührung des Displays, von der letzten Berührung bis dahin, bis das Gerät automatisch abdunkelt und in den gesperrten Modus übergeht. Das passiert bei den Handys, die werden werkseitig auch immer so ausgeliefert, dass diese Zeit relativ kurz ist. Das hat ja zum einen eben energiespartechnische Hintergründe, damit eben nach kurzer Zeit das Gerät gesperrt wird, damit nicht unnötig viel Energie verbraucht wird durch ein aktives Display. Und zum anderen hat das natürlich auch sicherheitstechnische Hintergründe, denn je länger ein Gerät irgendwie so herumliegt, desto höher ist auch eben das Risiko, hier sehen wir das übrigens gerade, dass jemand das daran geht. Und wenn das so da liegt, braucht er natürlich nichts tun und kommt so einfach ins Gerät hinein. Deswegen, darum wollen wir uns jetzt kümmern. Wir gehen mal in die Einstellung, da finden wir jetzt nämlich alles zu diesem Punkt Schlafen, Display. Und dann haben wir hier, ach ne, den Fehler mache ich bei Xiaomi öfter, bei Poco. Nicht Display, sondern hier immer eingeschaltetes Display und Sperrbildschirm. Da müssen wir drauf. Das wurde aus dem Display praktisch, ja, outgesourced. Und hier haben wir einen extra Menüpunkt. So, und jetzt haben wir hier immer eingeschaltetes Display, das ist aus. Genau, das ist auch gut so. Zurück. Und wir haben dann hier den Punkt Schlafen, wie ich gerade schon sagte. Das nennt man dann hier eben Schlafen, also woanders wird es automatische Bildschirmabschaltung oder wie auch immer genannt. Und wir sehen hier schon nach einer Minute Inaktivität. Das können wir jetzt ändern, wenn uns das zum Beispiel zu kurz ist. In unserem Fall ist es hier manchmal ein bisschen grenzwertig, weil wir durchaus auch durch die Erklärung mal ein bisschen länger als eine Minute am Stück reden. Und wenn nichts mit dem Handy passiert, dann ist es eben schon sinnvoll, das Ganze auf zwei Minuten zu stellen oder meinetwegen auf fünf Minuten. Ich würde es nicht auf zehn Minuten stellen, finde ich für meinen Geschmack zumindest zu lang. 15, 30 Sekunden ist für mich viel zu kurz. Da kann man ja gar nichts mit anfangen. Da ist man ständig nur damit beschäftigt, das Gerät zu entsperren. Aber natürlich in Sachen Akku bzw. Sicherheit sicher nicht das Verkehrteste. Nur wenn man die ganze Zeit dagegen anentsperren muss, ich meine, dann ist es keine große Akkuschonung. Dann ist es nämlich letzten Endes wahrscheinlich mehr Akkuverbrauch, wenn man das immer wieder entsperrt. Dann lasst es irgendwie auf zwei oder fünf Minuten. Ich sage mal, zwei Minuten ist schon ganz okay. Viel länger sollte man ja oder hat man sein Gerät ja vielleicht nicht unbedingt immer herumliegen, ohne dass man es nutzt. Dann, wie gesagt, kann es ja auch dann ruhig in gesperrten Modus übergehen und Energie sparen. Ja, das war es schon zum Thema automatische Bildschirmabschaltung und dem Schlafen gehen, wie es hier bei Xiaomi bzw. Poco heißt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ihr könnt euch da eine Zeit aussuchen, dass das Ganze für euch etwas handlicher, in der Usability etwas besser ist und optimaler, dass das nicht so oft abdunkelt und ihr das tausendmal entsperren müsst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.